Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stray. Bevor wir jetzt diesen provisorischen Aufzug hochfahren, seid noch so lieb, ihr werdet gerne das Video lassen, ein Like, dein Abo, aktiviert das Glöckchen und viel Spaß. Hier ist voll die Party, wie ihr sehen könnt, vor allem der da mit seinem Drachenkopf, echt nice. So, komm, schieb mich hoch. Ja. Dankeschön. Okay. Oh, ein Bedienpult. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich da jetzt drauf drücke, dass ich richtig Ärger kriege, aber ich kann nichts anderes sehen, obwohl doch, ich kann über die Lampen hüpfen, sehe ich das richtig? Naja, hier nicht. Aber Was passiert denn dann? Ah! Ah! Äh! 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 Reicht das schon? Ich glaube nicht. Das könnte reichen. Wir versuchen es mal. Mann! Alter, diese Mucke geht einem echt auf den Zeiger langsam. Alter, endlich ist es ruhiger. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr beschweren. Whatever. Blazer, wo bist du hin? Ich habe dich gerade noch gesehen. In Clementine? What? Was? Hä? Hä? Okay. Nein! Zwei fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Oh nein! Was für ein asozialer Mistkerl. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Er verrät's... Oh! Wow! Wow! Ah! Äh... Was ist denn jetzt... Wie soll ich da denn wieder rauskommen? Ist das... Ich kann sie steuern, aber ich kann nichts tun? Ist das euer Ernst? Ah! Oh mein Gott! Und ich habe meine Drohne nicht mehr. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich will einfach nur noch ein armes, kleines, wehrloses Kätzchen. Äh, ja. Hä? Ich kann... Ich komme da nicht hoch. Was soll ich machen? Ich muss doch da rüber, oder nicht? Oder brauche ich mehr Schwung? Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Ah, jetzt? Okay. Es wird rot. Ach, das ist nur ein Licht. Ey, jetzt sag mir nicht, ich komme wieder an die Surgse ran, ne? Weil dann... Bitte nicht. Gefängnis. Ey, ich habe keinen Schutz gegen Surgse und nichts, ne? Bitte nicht. Okay, die Kameraführung ist gerade etwas verwirrend. Alter, mache ich einen Lärm. Ich dachte, Katzen sind so leise. Wow. Okay, Leute, ich habe so... Auf der einen Seite Angst, was uns erwarten könnte. Auf der anderen Seite finde ich es mega spannend. Aber ich würde sagen, was uns da erwartet, das schauen wir uns beim nächsten Mal gemeinsam an. Wenn ihr Bock habt, dann seid doch einfach beim nächsten Mal dabei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Bis dahin. Euer Malvinnie. Tschö, tschö.